Diese hier angebotene 2,5 Zimmer Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1450 Euro pro Monat. Wir freuen uns hier näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.